Kurze Demonstration meiner Bachelorarbeit. Spannungsversorgung einmal des DC-DC-Wandelers und der Leistungselektronik. Später beides zusammen, nur noch getrennt, damit man langsam hochfahren kann. Programm startet. Standalone-Betrieb. Einstellung des Stromes bzw. der maximalen Amplitude über Plus und Minus. Starten der Leistungselektronik. Am Ausgang keine Last, nur Belastung mit dem Filter. Messung der Ausgangsspannung und Anzeige am Oszilloskop. Aktuell 20 Volt AC. Über Betätigung von Plus und Minus kann die Amplitude... ... ... ...